Hallo meine lieben Leute, willkommen wieder zu Dad by Daylight. Wie wir sehen können, bin ich fängig und muss wieder die Überlebenden helfen und die Generatoren reparieren. Ich spiele wieder mit meinem Freund Ahitz schon das zweite Mal. Wir sind in einer Gruppe und ich habe Balance Landing bekommen vor dieser Runde. Oh, da ist schon Ahitz. Oh, warte, du bist auch mal bei unserem Team. Oh ja, wir sind so direkt befreundet. Such mal einen Generator, kommst du mitfängen? Oh, das ist ganz scheiße, dieses Scherzüberleben. Ich muss dir helfen, das ist mein Freund. So wie das ist, ich bin dort bei Daylight. Shit. Ahitz, ich komme. Ich lasse dich nicht im Stich. Wo bist du? Shit, die sieht nicht so aus. Shit. 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 So, 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 so. Oh! Oh, das ist nicht. Oh, das ist nicht. Das ist ja nicht weiter. Oh, das ist nicht mehr. Kommt so, ich steh das jetzt. Kommt so, ich steh das jetzt. Kommt. Kommt. Me and my decisive. Not a good time with my decisive. With my good, 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 good. Good, 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 good. Good, 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 good. Oh, ich habe nicht mehr Selbstheilung, Selbstversorgung. Ich habe Balance Landing dagegen. Na, endlich haben wir ihn genannt, hat er dann. Oder nein, machen wir ihn genannt. Shit, ich hab ein Balance Landing ausgetauscht. Ein schlimmer Bedanken. Ja, ich hab ihn. Oh, 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 oh. Oh Gott. Warte, wo ist die beste Karte? Nein, ich denke an den Keller. Oh, Herr Ball in London. Warum will sie mich? Äh... Ach, sie will auch nicht. Jürgen, Meg. Ja, Meg stirbt. Schlupst. Hallo? Ja. 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 Ja, ja. Ja. Oh Gott, nicht einmal das hat sie getroffen, da merkt man es nicht, wie schlecht sie in der Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute und die Leute, die Leute zu Hause. Das ist nicht mehr, die Leute zu Hause. Shit! Doch Meg, wie lange bist du schon am Haken? Kein einziger Mensch hat dich gerettet, damit man wie unwertig ist. Ich bin hinter dir dankbar. Oder nein, heul mich. Ach, das brauche ich nicht teilen. Dich muss ich auch nicht heilen. Meg, Meggie, Meggie, Shaky. Will ich nicht heilen. Wo bist du denn? Hm, mehr Meggie. Natürlich will sie die Meg. Okay, Fang, wir müssen schauen, dass wir durch die Bodenlücke griechen. Griechen. Tschüss Meg. Wie entsteht die Bodenlücke? Okay. Hier, du kannst wieder deine Tasche lang fallen. Shit. Nur noch wir zwei leben. Okay. Wir dürfen nur noch krabbeln fangen, okay? Ich habe Angst, Fang. Ich habe Angst, Fang. Okay. Wo ist eigentlich ein Generator? Oh mein Gott, die findet uns niemals. Oh mein Gott, die findet uns niemals. Oh mein Gott, die findet uns niemals. Nur noch krabbeln fangen. Wie meine Ahenz. Folg mir. Okay, was machen wir im Gefängnis? Ist die Bodenlücke schon entstanden? Okay, Fang. Okay, Fang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Fang. Was machen wir hier? Fengen, sollten wir uns die ganze Zeit nur noch verstecken? Ich glaube schon. Oh, ja, Fengen, ich glaube auch, das ist ein Tanschen, das ist ein Tanschen. Oh, ein Medikator. Okay, gehen wir weiter. Wir müssen weiter wandern von dem Zombie-Virus. Okay. 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 Was ist das? 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 Okay, Gott sei Dank bist du wieder geheilt. Wir sind zerbrochen. Wir sind nicht mehr zusammen. Wir müssen zusammen bleiben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir müssen das lieber nicht kaputt machen. Was ist das? Wir können nichts mehr tun. Wir können uns nur noch... Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.